Mein Name ist Tanja Winski, ich komme aus Kiel, arbeite bei der Firma EP Loll und bin dort Verkaufsleiterin. Super locker, sehr informativ, muss ich sagen, tolle Gespräche geführt, gerade auch in den Pausen mit anderen Mitbewerbern. Erfahrungsaustausch finde ich an der Stelle immer sehr wichtig, ja, also rundum sehr positiv. Ja, tatsächlich so einige Themen, die ich sehr spannend finde, gerade zu dem Thema Facharbeitermangel, dass wir da halt auch schwer Nachwuchs bekommen, wie man sich als Arbeitgeber attraktiv macht. Genau, also auf jeden Fall das nochmal zu überdenken, anstatt halt eine ganz normale Stellenausschreibung zu machen und eine offene Stellung tatsächlich richtig als Werbung zu schalten und nicht einfach nur als offene Stelle.